herzlich willkommen bei sims 4 jetzt sieht man ja das ist es im haus so jetzt muss ich einen job suchen der job ist aber nicht so dass man die figuren zu stellen wieso die alle haben der geht raus und ne die geht da geht die tasche egal wo du einen hinschätzt ja mein schauer darfst du nicht nach draußen schicken wenn es tag ist du brauchst mein schauer schneller weg als du kommst wir sind da ja aufklicken hier drauf da bist du du bist die teile höher und das machst du dann in den du die teile kriegst dann wechseln warte ich erkläre kurz das grundprinzip entschuldigung aber hier kannst du das so bewegen wenn du die tasche durch bewegst du das so ausscrollen rein scrollen und wenn du drehen möchtest du machst du so die rechte maus die rechte maus Ja, ich kann es auch nicht erinnern, man. Schätze, sag doch mal, der Scheiß sagt so nach mir aus. Nimm mal die selbe Scheiße. Ja, ich kann es nicht erinnern, ich kann es nicht erinnern, aber ich kann es nicht erinnern, nein, ich kann es nicht erinnern, es sei schon so etwas, das ist das Problem. und ich bin zu dumm eigentlich top 10 jungen und eben ja so jetzt gehen wir mal nein nein lass laufen ich glaube aber sowieso nur scheiße sind sowieso keine ich steig jetzt komplett aus diesen lp 1 wenn du diese folge fertig hast du siehst so wie lange die scheiß läuft bei 22 abmoderationen bei 20 abmoderationen also maximal bei 21 bis 22 landes so und wenn du diese folge fertig hast übergebe ich dir das gute noch für vier folgen danach schließt du sind die speichern wenn du das nicht beschissen kriegst du bist so sendern und steifen machen wir spätestens heute abend unterleicht genau du hältst dich da raus brauchen sie nicht genau kapieren stecken sowieso nicht weil wir aufnehmen wir folgen das ist eine mehr aufnehmen das ist egal ich leuchte jetzt sind es zwei also noch zwei ja gut dann der folge noch vier wir sind jetzt bei der zweiten nein doch wo sie gekommen ist habe ich angefangen nein pass auf nein pass auf meine folge deine folge meine folge wir sind doch mal deine folge noch bei dir also habt ihr gehört ich darf vier folgen Das ist das Verstehen tatsächlich. Das brauchst du nicht jeden Arsch auf beiden. Die haben das schon mitgehofft, was wir hier labern. Das halte ich mir großartig an. Meiner. Ich finde keinen Job. Soll ich dir sagen, dass ich das sehe? Nein. Du bist auf deinen Job. Pass auf. Reakt da nicht dort rein. Du bist auf deinen Job. Jetzt klickst du auf den Computer einmal drauf. Dann hast du hier Job-Suche. So, sobald die Drohler weg ist, dann gehst du ran und dann kriegst du ein Bild eingeblendet. Dann kannst du sehen, was alles so gut aussieht. Alles klar. Jetzt geht die Drohler weg. Jetzt geht die Drohler weg. Jetzt geht die Drohler weg. Wenn du verstehst, dann geht die Drohler weg. Das war eficaz. Dann geht's nochmal in die Drohler weg. Wir sind unten in die Drohler weg. Wir werden also mit der Drohler weg bewegen. Habt ihr ja gesehen, was ich bin, also es ist mehr Cola und alles, aber ich glaub geil. Und... Ja. Also das macht so was von einen Laune oder anderen. Eno! Eno! Taufe ist vorne. Nein, jetzt nicht. Keine Tage. Eno! Eno! Du gehst nach Hause oder bist du in der Aufnahme? Ich bin auch in der Aufnahme. Äh... Du musst doch blöd was machen. Du musst doch den Action reinbringen. Ja, geh doch mal los, mein... Guck, das geht nicht so los. Nö. Ich muss das mal gucken, ne. So, was kann ich mit dem Schien filmen? Was ist das? Ich will... Wir spielen. Wir spielen. Wie leid uns spielen. Mehr Aufwand. Ja. oh so oh oh komm ich will das ich will das mhm ich hab jetzt mal eine Seite oh oh und die nur die die und die die der Es war heutzutage, ich konnte das nicht mehr, aber ich weiß So, jetzt sind wir schon mal Oh, ich weiß nicht mehr Hier So, einmal So, okay So, is das nicht mehr So, ich bin hier So, ich bin hier So, ich bin hier mit euch Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Spiel macht richtig Laune, muss ich sagen, aber und ich war gerade mal Joggen Also sagen wir mal so, mein Durchschnitt 1 bis 5 Lerner gibt es schon die maximale Und ich muss sagen, ich gefällt mir Und ich würde erst mal sagen, ich würde jetzt das erste Mal schlafen gehen Ich würde mal, warte mal, wie gut an der Maße bei dir haben Ja, 20 Uhr Ja, ich merke bei dir eigentlich nicht, du fünftest mal wohl Nicht reden Nein, ich bin nicht mehr gemein Ja, fünftest mal, fünftest mal Und ich bin zu dunkel und ich gehe davon halt hängen und dann mache ich kurz den Kniemhörner und Oh Gott Ja, wir sehen uns in Genau Genau Ja, wir sehen uns in